Ein ganz, ganz, ganz dicker Fehler ist der, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ich lese seit über 20 Jahren praktisch keine Zeitung mehr, ich gucke nur ganz, ganz selten mal irgendwelche Nachrichten. Warum? Ganz einfach. Ich kann dieses ganze negative Gesülze nicht mehr hören, nicht mehr lesen, nicht mehr sehen. Und ganz ehrlich, ob irgendwo ein Vulkan ausgebrochen ist oder ein Fluss über die Ufer getreten ist, in Bangladesch oder wo auch immer, ja, das ist mit Sicherheit tragisch, aber das bringt mich, wenn ich das weiß, kein Stück weiter. Ja, und warum soll ich mich dort negativ aufladen lassen? Also aus meiner Sicht reduzieren Sie Presse, Medien. Ein Geheimtipp von mir, wenn Sie eine Finanzzeitung suchen, die auch mal, wie soll ich sagen, nicht nur diesen Mainstream, also das, was Sie überall hören, sondern wirklich Fakten, fundierte Informationen liefert, dann kaufen Sie sich Focus Money. Aus meiner Sicht die beste Finanzzeitschrift und lesen Sie vor allen Dingen das Vorwort, ja, das ist von einem Herrn Pöpsel oder Pöpsel, weiß ich nicht, wie er sich ausspricht. Genial! Und dort lesen Sie mal entgegen der Tagesschau, heute, Blödzeitung, wie auch immer, Informationen, ja, zu den unterschiedlichsten Themen. Mein Geheimtipp für Sie. Ja, noch eine ganz wichtige Sache. Ich habe mal jemanden kennengelernt, dessen Vater oder den Vater habe ich selbst auch kennengelernt. Der war damals Vorstand bei Mercedes und für den waren praktisch Immobilien-Teufelszeug. Der hatte mal in Gewerbeimmobilien, das heißt also Büros und ähnliches, große Gelder investiert und das ging fürchterlich nach hinten los. Und das Einzige, was der kaufte oder sich vorstellen konnte, war ein Haus zu bauen. Das hat er einmal in Hannover gebaut, ja, und wie soll ich sagen, war jetzt nicht so auf Abwechslung gepolt und dieses gleiche Haus hat er in der Nähe von Stuttgart oder in Stuttgart dann nochmal gebaut. Das waren die einzigen Immobilien, die er gekauft hat. Der Gute hat mit Sicherheit pro Jahr ein, zwei Millionen damals netto verdient. Also ganz wichtig, nicht Immobilie ist gleich Immobilie. Alle Immobilien sind schlecht. Nein, man muss genau gucken, welche Immobilie für welchen Zweck. Sie suchen jetzt Wohnungen, Häuser zum Eigennutz. Ist eine feine Sache. Wenn Sie später mal mit Immobilien auch Geld verdienen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein anderes Buch Geheimnis vom Volkshochschüler zum Millionär. Dort erfahren Sie einfach, wie Sie auch mit Immobilien tatsächlich langfristig und das möglichst einfach, möglichst gut vorbereitet und jetzt nicht überstürzt, wie Sie mit Immobilien auch Geld verdienen können. Noch ein Hauskauftipp und Geheimtipp für Sie. Ja, noch ein ganz dicker Fehler ist der, dass Sie sich kein Ziel setzen. Ja, dass Sie sagen, ja, wir wollen eine Immobilie kaufen. Das wird nichts. Ja, sondern deshalb auch dieses Buch. Setzen Sie sich ein ganz klares Ziel und sagen, okay, wir möchten in den nächsten zwei Jahren oder wir haben in den nächsten zwei Jahren ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, ziehen bis spätestens, was weiß ich, 1. Juli des Jahres XY dort ein und freuen uns über unsere eigenen vier Wände. Also nicht sagen, ja, wir wollen jetzt mal ein Haus kaufen, sondern wirklich sagen, okay, Entscheidung treffen. Bis dann und dann wohnen wir in den eigenen vier Rennen. Bis dann.